Hallo und Willkommen zurück zu Bioshock Infinity auf meinem Kanal Darth Sidemaster. Wir waren hier beim letzten Mal stehen geblieben und wollen mal durch die Tür gehen, gucken was uns dahinter erwartet. Bei mir schwarmt da nichts Übles. Da komme ich nicht durch. Da ist ein Kren, ja klar, liegt vorbei. Der Red Balloon. Wo Gott er wird. Jetzt gehen wir mal rein, schauen was passiert. Oh mein Gott. Hallo? Ah, er hat das Zapfenstreich, was? Feierabend hier oder was? Nee, nee, nee. Hallo, wo ist denn hier Licht? Ich sehe nichts, hallo? Ach, hier ist die Tür. Da ist es. Oh mein Gott, das erschreckt mich doch nicht so. Geh weg. Wer bist du denn gewesen? Es war nicht meine Schuld. Ich habe nichts getan. Nein, nein, nein. Es war nicht meine Schuld. Lass mich allein. Ja, über die Tür. Lass mich allein. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin never should have left. Ich bin never should have left you there. Ich bin never should have left you there. Steck das Ding weg. Fucker? 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 What? I don't understand. Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how do you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Sucham. What? Tell him Sucham. Sucham. And how do you know that slant, I'd wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Sucham propose to get us back? That's between me. That's between me. And the slant. And the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Well, down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him. Atlas says he hasn't forgotten them. Oops! Hello, wait. Is there going overall? I'm only wearing glasses? Elizabeth, blood is time to get cocked. Booker? What? Over here, on the radio. Du bist nicht Booker. Natürlich nicht. Was habe ich mich in? Ich wusste nicht, dass ich die Mädchen verabschiedet habe. Ich habe sie nicht verabschiedet. Aber sie hat sie für eine exzeptionale Sache gemacht, nicht wahr? Es musste sein. Du hast es gemacht. Ich fühle mich alles. Ich fühle mich alles. Ich fühle mich alles. All diese Wissen. Ich habe eine Pankie verloren. Aber diese Version von mir, sie hat alles verloren. Und Comstock. Der finalen Comstock. Er dachte, dass er seine Schuldigte konnte, indem er hier kommt. Du hast ihn richtig gebildet. Aber warum bin ich hier zurück? Huh? Ich erinnere mich nicht, dass ich eine Pankie öffne, um zurück zu kommen. Und wer bist du? Huh? Ich denke, dass du das schnell genug herausfinden kannst. Man fragt sich nur, in welcher Version hier, oder? Man fragt sich nur, in welcher Version hier, oder? Was ist da unten? Kann man hier irgendwas finden? Kann man hier irgendwas finden? Ein bisschen Geld, oder was weiß ich. Kann man hier. Okay. Komm ich hier durch? Vielleicht nicht. Ich bin in Paris. Ich war glücklich. Und jetzt bin ich hier mit diesem Atlas, diesem Psychopath. Was dachte ich? Das war noch nicht in Paris als ich, Booker. Jetzt muss ich diesen Suchong finden. Ich weiß nicht, wer das ist. Nicht noch. Aber du wirst wissen, dass er die Schlüssel ist, nicht wahr? Zu was? Du fragst mich? Elisabeth, ich bin nicht hier. Fonteins, huh? Fontein Tower. Fontein Tower. Kann ich hier irgendwas finden? Cool. Im Hintergrund hört man... Spielmusik. Von der Spieluhr. Ist da was denn hin? Spiel? Spiel? Spiel ist hier alles gesetzt? Spiel? Spiel? Untertitelung. BR 2018 Gibt es da drüben was? Komme ich da rüber? Kann ich laufen? Ja. Nee. Kann man hier laufen? Nee, geht nicht. Das ist Dings. Okay. Nee, laufen kann ich noch nicht. Denn ist auch egal. Muss ja irgendwas passiert sein. Mal gucken was dahinter ist. Was sind Sie? Und wie Sie wissen genau was zu sagen, Atlas? Ich frage Sie eine Frage. Sie fühlen sich selbst, Elisabeth. Ich fühl... Ich fühl... Ich fühl... Strang und kleiner. Ich kann nicht sehen die Tür. Was ist hinter den Tür. Ich kann nicht sehen die Zukunft. Ich kann nicht sehen die Tür. Oh, mein Gott. Stay away from me. Booker. No, 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 please, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. What am I? I don't understand. I... I... If we're going to end up at the same place, it's hard to hide. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things. But after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. You're trading omniscience and croissants for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her. To save her. And I... If I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Immer wieder ein Leuchtturm hier. Jedes Mal. Roll, roll, roll your boat. Gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Roll, roll your boat. Gently down the stream. Gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Jetzt kann man bis hierhin noch höher. Wollt ihr so weit weg sind? Nicht schlecht. Ja, ich geh da schon rein. Hallo. Lutessa's warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition. To just me. Well, quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. I mean, if I can't open tears, I'm... I'm never leaving here, am I? I... I'm never going back to Paris. You're... And you, you're just... You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You've decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Su Chang. Okay, das wirft ziemlich viele Fragen auf, aber... Mal schauen. Guck, wohin die Reise geht. Und uh... You're the best. And I'll uh... ... And... ... ... ... ... fragt sich nur wohin das geht so ok dann machen wir hier bei der nächsten folge hier weiter viel spaß also vielen dank fürs zuschauen und zugucken dann sehen wir uns in der nächsten folge ciao ciao